Der ganze Wahltag ist so ein Tag, wo man im Ausnahmezustand ist, dass man dann zweitstärkste Kraft war und das ist dann natürlich schon ein Feuerwerk der Gefühle, denn in der Kommunalpolitik in Bayern sind die Freien Wähler die zweitstärkste Kraft und das wollen wir natürlich hier im Haus auch abbilden. Koalitionspartner CSU, das klang zunächst nicht ganz harmonisch bei Ihnen. So wie in der Paartherapie, dass jeder den anderen sagt, was einem anderen eben nicht passt und dann sagt man, okay, jetzt packen wir es wieder. Diese Staatsform, die wir haben, die auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufbaut, das ist die beste Staatsform, die wir haben können. Wir müssen wieder positiv über die Demokratie reden, den Wert der Demokratie, den Wert der Freiheit positiv darstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, das ist was Gutes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!